I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go, doing it my way, doing it my way, can you hear me say, yes I am. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen, mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs im Juli das Kartenthema, meine Idee, aus dem Rahmen gefallen. Aus dem Rahmen gefallen, das kann vieles sein, das kann ein Motiv sein, was tatsächlich aus dem Rahmen fällt, weil es kein normales, zum Thema passendes Motiv ist. Das kann aber auch gemeint sein, aus Motiv oder Ausstanzung stehen über die Karte hinweg oder aber es ist ein Rahmen auf der Karte untergebracht, der gar nicht zum Maß oder zur Form der Karte passt. Also da habt ihr freie Waden und ich bin auf eure Ideen gespannt. Ich selber habe auch eine Karte vorbereitet und zwar ist das diese in den drei Farben Sahara Sand, Minzmakrone und Heideblüte. Ich habe aus dem Sahara Sand Grundstockpapier ein Rähmchen ausgestanzt, das habe ich mit Designerpapier unterlegt. Das ganze Sahara Sand habe ich mit diesen Dahlien bestempelt und dann kommt hier vorne drauf in Minzmakrone diese beiden Farbenäste und ein weiteres Etikett mit dem Text wollte einfach mal Hallo sagen. Und bei mir fällt also dieser Fahnen völlig aus diesem Rahmen, den ich vorher ausgestanzt habe und innen drin habe ich den Fahnen dann nochmal ein bisschen wiederholt. Und das ist also meine Idee zu Aus dem Rahmen gefallen. Mal sehen, was bei euch da so rauskommt, was ihr da so designt. Dann nochmal kurz zu den Regeln von Immer wieder mittwochs. Ihr schickt mir eure Karte an die unten eingeblendete Adresse. Ihr nehmt dann automatisch an der Verlosung Anfang August teil und die Karten, die ihr mir schickt, die gehen an einen guten Zweck, um dann dort zugunsten der Einrichtung verkauft zu werden. Natürlich könnt ihr mir auch alle Karten vom Juli zusammenschicken. Die nehmen dann automatisch auch an der Verlosung, also jede einzelne, dann halt teil. Und vielleicht sehen wir uns am Samstag, dann ist super Samstag Video-Hop. Und ansonsten freue ich mich, euch nächsten Mittwoch wiederzusehen zum Immer wieder mittwochs. Die nächste Challenge steht an, eigentlich ein Kartensketch. Mal sehen, ob ich mir was anderes einfallen lasse oder ob wir es wie immer mit dem Kartensketch durchziehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017